Da kommt man natürlich dann auf die Idee zu sagen, oh ich kaufe ein Klimagerät oder eine Klimaanlage. Das sind dann meistens mobile Klimaanlagen und diese mobile Klimaanlagen gibt es relativ preiswert, ab 250, 300, 400 Euro ungefähr und die kühlen auch, je nachdem welches Gerät das ist, recht gut. Die haben aber einen Nachteil und zwar haben sie einen Abluftschlauch. Das heißt, wenn wir die jetzt hier mal anmachen, drücken wir drauf, können wir alles auch hier, wenn wir wollen, mit Fernbedienung machen. Das heißt, wir können auch faul von der Couch aus das Ding ein- und ausschalten. Bei der Anlage bei der Santec Wellness, die ich jetzt seit zwei Jahren ungefähr habe, geht hier oben eine Klappe auf und dann fängt die an zu laufen und die pustet jetzt im Prinzip die kalte Luft. Die ist übrigens sehr super kalt. Ich habe sie jetzt wirklich heute das erste Mal seit längerem mal wieder ausgemistet und eingeschaltet. Die Dinger funktionieren einfach sofort. Die bleiben sieben, acht Monate teilweise stehen im Jahr. Da passiert gar nichts, sondern schaltet man die an, funktionieren wunderbar. Das heißt, ihr habt den Vorteil, ihr habt eine Anlage innen, die ihr immer noch portable haben könnt. Das heißt, ihr könnt einmal so ein Teil einfach auf die Terrasse raussetzen oder auf den Balkon. Ihr könnt aber auch, wenn ich zum Beispiel im Büro das Ganze entsprechend montiere, kann ich dieses Teil einfach raussetzen auf die Fensterbank vom Fenster. Und dann habe ich das Teil, das Fenster mache ich nur zu. Ich muss hier keine Abdichtungen, keine Fensterabdichtungen entsprechend machen. Es reicht, bei mir reicht es, wenn ich diesen kleinen Spalt, so dick ist das Kabel hier, das Verbindungskabel, das reicht, wenn ich das Fenster so weit aufmache. Ich lasse das so. Könnte man besser machen, ja, bevor jetzt hier wieder einer anfängt zu schreien. Aber bei mir muss es immer einfach und schnell gehen. Der Vorteil ist, hierdurch entsteht im Raum kein Unterdruck. Das heißt also, es zieht mir nicht die warme Luft richtig nach innen. Und insofern ist das Problem hier, das ich hier habe, gelöst. Und die Effektivität der Klimaanlage, die Klimaanlage hier heizt mein ganzes, äh heizt, das wäre blöd, kühlt mein ganzes Dachgeschoss. Das heißt also... Das heißt also, die Klimaanlage hier heizt mein ganzes Dachgeschoss.